So, wir befinden uns hier auf der Internationalen Möbelmesse in Köln. Und da wollen wir doch mal heute schauen, was hier so alles gibt. Hier ist die Presseinformation der dänischen Möbelindustrie. Und jetzt habe ich mal eine Frage. Haben Sie Stuhl? Stuhl? Ja. Ja. Ja, harten oder weichen? Was meinen Sie? Harten oder weichen? Weichen? Stuhl. Ja. Weichen. Ja. Weichen. Heute. Ja. Ja. Haben Sie die designt? Die Stühle? Herr, wie war noch Ihr Name gleich? Design in seiner reinsten Form. Sie sind Kommode und Telefon. Wir sind eine Company von Rumänien. Ah, von Rumänien? Yes. Ah, very good. Yes. All diese... Alles hier, alle Möbel, alles gestohlen? Ja, ja, ja. Ja. Und die verkaufen Sie hier dann, dann quasi billiger? Also, it's very, it's not too expensive. Oh, it's good. It's good, ne? Weil es ist ja alles gestohlen, kann man billig verkaufen. Ja, sehr gut. Oh, was für ein Bett. Was ist denn das? Das muss ich aber mal testen. Guten Tag. Wer ist denn hier verantwortlich für das Bett? Sind Sie verantwortlich für das Bett? Nein, die Dame ist. Wer ist denn da am Telefon, wenn ich mal fragen darf? Bitte schön. Wer haben Sie denn da am Telefon? Meine Frau. Meine Frau, darf ich noch was haben? Nee. Warum nicht? Nee, warum? Ja, hahaha. Er lügt. Er lügt. Er ist nicht auf der Möbelmesse. Er befindet sich in einer Lokalität an der Bar mit fünf Damen und einer Flasche Shampoos. Er ist nicht auf der Möbelmesse. Glauben Sie ihm kein Wort? Meine Frau glaubt Ihnen. Ja. Meine Frau glaubt Ihnen. Ja. Ich heiße Gabi, bin äh 27 und finde jemand total geil. Ja. Ja. Ah. Can you, are you here responsible for the bed? Ja. Ähm. Can you test the bed for me? Ja. Just lay on the bed and I play a good night song for you. Wer kann mir denn mal was zu dem Bett erklären? Kann man mal was zu dem Bett erklären hier bitte? Können Sie, sind Sie, sind Sie von dem Bett hier? Ich bin von dem Bett. Können Sie mir was her, wie heißen Sie? Herr Funk. Herr Funk. Ja. Können Sie sich mal, kommen Sie kuscheln, kommen Sie rein. Kommen Sie schön kuscheln. So. Herr Funk. Kommen Sie her. Ja. Kommen Sie her, Herr Funk. So. Jetzt erzählen Sie mir mal mal ein Pockenbett. Das ist, äh, das ist eine richtig schöne, massiere Kirche, wo wir hier liegen. Also absolut stabil. Was? Eine Kirche? Wo? Machen Sie mal hin. Ich muss mit Ihnen das Bett testen jetzt. Ja, komm her. Nimm lieber Sie da. Nein, Sie möchten nicht. Nein, ey. Jetzt machen Sie mal hin. Weiß? Tschüss, Theo. Hör mal. Hör mal, ich rufe nachher. Ja. Ja. Wir haben jetzt keine Zeit. Wie war noch Ihr Name? Hugo. Hugo. Komm, Hugo. Machen wir mal Schuhe aus. Rock aus. Und die Rock auch aus. Komm, Jack auch aus. Komm, Hugo. Können wir das Licht mal? Can you turn down the lights, please? Ja. Der Hugo nicht. So, komm, Hugo. Ja, unter der Deck. Nee, äh, da sind noch ... Äh, 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 äh ... Reste. Da sind noch Reste. Von Reste. Nehmen die mal die Idioten. Nein, meine Oma. Wie heißt du denn? Jörg. Wie alt bist du denn, Jörg? Oh, mindestens 31. Ja. Und wie alt bist du denn? Wie bist du denn? Ich heiße Matthias und bin 39. Du bist 39, ja? Und wie alt bist du? 31. 31. Ja. Wahnsinnig. Sehr gut. Ist geil. Guck mal hier. So, Hugo, wo kommen Sie her, Hugo? Aus Reefels. Und? Oh, 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 oh. Erzählen Sie mehr, Hugo. Da war ich gleich ganz recht. Ja. Hugo, erzähl mehr. Nee, nicht mehr. Bitte, Hugo, erzähl noch was. Und du bist hier verantwortlich für das Bett, oder was? Nee, 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 nee. Nur ab und zu weit. Aber ist sehr warm hier drunter. Ist sehr warm. In deiner Nähe, also ... Ja, das macht der richtige, Hugo, ne? Ja. Was für ein Bett? Sind Sie hier auch verantwortlich? Wir sind alle verantwortlich. Für dieses Bett? Ja, klar. Ja? Ja. Tatsächlich? Alle verantwortlich. Er hatte gesagt, er holt jetzt erst den Verantwortlichen. Haben wir noch einen? Das heißt, Sie wollen sich hier einfach ein bisschen aufspielen. Sie haben hier nichts zu kamellen, ja? Wollen aber so tun, als wären Sie hier quasi der Erfinder des Bettes. Genau. Wie heißt die Firma? Rosetto. Rosetto? Ja. Aha. Wie viele Bordelle haben Sie damit jetzt schon angerichtet? Eigentlich nicht. Das sind ganz normale junge deutsche Ehepaare, die sich sowas kaufen. Ganz normale junge deutsche Ehepaare, die sich sowas kaufen? Tatsächlich. Das ist doch feinstes Zeug hier, Hugo, oder? Äh, ja. Komm, machen wir die Säcke mal wieder gerade, Hugo. Ja, ein bisschen lüften vor allen Dingen. So. So. Aus die Zeit. So. Achso. Achso. Das gibt es auch wieder nett. Natürlich. Nett hin. Was kostet so ein Bett, Hugo? Was hätt? Was kostet das Bett, Hugo? Auch nicht viel. Was heißt nicht viel? Zwischen 15.000 und 20.000 Euro. Bitte? Ja. Aber ohne Inventar. Ach ohne. Ohne. Ohne Personen. Dann ist es okay wieder. Dann ist es doch. Ja, Hugo. Machs gut. Hugo, da bedanke ich mich. Ja, ebenso. Ich hoffe, ich habe jetzt hier nicht gestört. Ja, absolut. Nicht? Das ist meine beste Mitarbeiterin. Ja. Beste Mitarbeiterin. Also Hugo. Machs gut. Finger weg. Finger weg.